Nun, auf diese Art und Weise, glaube ich, liebe Freunde, meine Damen und Herren, haben wir wieder einmal eine Sängerin ein bisschen besser kennengelernt. Ich sage dir, Vicky, ein Dankeschön, die hier also... Du, ich habe dir etwas mitgebracht. Oh. Ein Geschenk an dich, das ist eine Vase, eine alte Vase, die ist ungefähr 500 Jahre alt. Donnerwetter. Und bitte sei damit sehr, sehr vorsichtig, ja? Ja. Okay? Gut. Gut. Na dann, dann passe ich mal auf meine Vase auf und du verabschiedest dich. Ja, ich möchte mich mit dem Lied verabschieden, Theo, wir fahren nach Lodge, aber dazu brauche ich einen großen Chor, auch dich. Okay. Theo, wir fahren nach Lodge. Also, ich habe sie überhaupt nicht gehört, ich glaube, wir fangen gleich noch einmal an. Und, und, na, geht das rein? Ja. Alle zusammen singen. Theo, wir fahren nach Lodge. Theo, wir fahren nach Lodge. Theo, wir fahren nach Lodge. Alle. Theo, wir fahren nach Lodge. Alle. Theo, wir fahren nach Lodge. Ich habe diese Landluft satt, will endlich wieder in die Stadt. Theo, wir fahren nach Lodge. Hier. Der heutige Handluft hängt von Lodge auf, steht der gleiche Trance. Theo, wir fahren nach Lodsch. Theo, wir fahren nach Lodsch. Da fassen wir das Grün beim Stopp und hauen alles auf den Kopf. Theo, wir fahren nach Lodsch. Dies verdammte Nest, gib mir den Rest. Ich fühl mich zu jung, vermisst und dumm. Ich brauch Musik und Tanz und etwas Eleganz. Gib dir einen Stoß und dann geht's los. Theo, wir fahren nach Lodsch. Theo, wir fahren nach Lodsch. Da feiern wir ein großes Fest, das uns die Welt vergessen lässt. Theo, wir fahren nach Lodsch. Da kann ich leben, da bin ich frei. Und auch die Liebe ist mit dabei. Theo, lauter! Theo, wir fahren nach Lodsch. Komm, jetzt die Pferde warten. Steig ein und sei mein Vorstel jung. Theo, wir fahren nach Lodsch. De Metordnung. Da går raus und zä rechts herum. U nutrient ist 2 Re Premier geschritte. Demnistösungunknala, das He�kki. Untertitelung des ZDF, 2020